Ja, hallo liebe Freunde des Deutschlandkuriers. Ein Zwischenruf mal wieder von mir. Und heute geht es um die SPD und den hier, nicht den Kanzler, den Herzkönig sozusagen und Kanzler Olaf Scholz. Ja, immer wieder Olaf Scholz, wenn wir über die SPD und negative Schlagzeilen sprechen. Und wieder einmal geht es, wie sollte es anders sein, um Cum-Ex und um sowas hier, Laptops. Laptops, die verschwunden sind. Laptops, die von der Staatsanwaltschaft Köln entsprechend dem Hamburger Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt worden sind, weil dort mehr als 700.000 Mails drauf sein sollen, die wahrscheinlich Licht ins Dunkel bringen könnten, was die Gedächtnislücken unseres so famosen Kanzlers angeht. Ich persönlich habe ja schon gesagt, glaubt ihm kein Wort. Mir gegenüber hat er von drei Besuchen gesprochen, wenn er drei Monate später es leugnet. Da gibt es das große L-Wort. In meinen Augen hat er dort vor dem Untersuchungsausschuss gelogen. Aber das wird sich sicherlich noch klären lassen. Und ich hoffe, es wird sich auch klären. Denn es können ja nicht einige gleicher als gleich vor dem Gesetz sein, nur weil sie Kanzler sind. Ich würde es ja noch akzeptieren, wenn er ein guter Kanzler ist. Aber das ist er auch nicht. Aber ich hoffe, die Wähler werden das in zwei Jahren dann nochmal gutieren. Ja, und worum geht es jetzt genau? Also ein sogenannter Arbeitsstaibleiter, ich wusste gar nicht, dass es sowas im Hamburger Untersuchungsausschuss gibt, hat wohl anscheinend mehr Befugnisse als Herr Petersen. Herr Petersen ist der SPD-Untersuchungsausschussvorsitzender im Hamburger Untersuchungsausschuss CumEx. Der scheint da nicht so viel zu Kamellen zu haben. Ist auch Arzt. Also ob er da dann tatsächlich mit CumEx und entsprechend Kapitalertragssteuer an der richtigen Stelle sitzt, mag jeder selbst beurteilen. Aber Herr Steffen Jenicke ist Leiter des Arbeitsstabes und der soll nun nach übereinstimmendem Presse berichten, zwei Laptops aus einem Tresor mitgenommen haben. Und nun können die anderen Untersuchungsausschussmitglieder nicht mehr auf diese Laptops zugreifen. Das an sich genommen, für sich genommen, ist schon ein Skandal. Ein Skandal ist vor allen Dingen noch besonderer Güte. Ich habe es früher mal erwähnt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft nach Anzeige sogar von Herrn Strath gegen Herrn Scholz und Herrn Olearius, das ist ja jener Vorstandsvorsitzende, der jetzt in Nordrhein-Westfalen vor Gericht steht, wegen CumEx und damit Steuerverkürzung, in Hamburg gar kein Verfahren eingeleitet werden sollte. Schon das war für mich der erste Punkt zu sagen. Die Hamburger werden das nie aufklären, wollen es nicht aufklären. Ein roter Filz aller Orten, wie wir es aus Bayern ja auch kennen, der berühmte schwarze Filz, den kennen wir dort ja auch und die Amigos. In Hamburg haben wir das Gleiche, nur rot-grün mittlerweile. Tja, und da war mir schon klar, der Aufklärungswille, der wird fehlen, wenn eine Staatsanwaltschaft schon bei solch klarem Fehlverhalten und beweisen für mich, wenn im Untersuchungsausschuss entsprechend so falsch ausgesagt wird, keiner Verfahren einleitet. So weit, so gut, möchte man noch sagen. Nun stellt also diese Staatsanwaltschaft in Köln aus Nordrhein-Westfalen, da möchte ich mich auch für bedanken, Material zur Verfügung. Und auf dieses sind sie gestoßen, auch zwei interessante Namen, im Zuge der Ermittlung gegen den früheren Finanzsenator Alfons Pawelczyk, SPD, und Johannes Kahrs, ja und wenn man über Hamburg spricht und Scholz und das ganze rote Geflecht, muss dieser Name fallen. Ja und in diesem Zuge hat man diese zwei Laptops, ja man muss sagen kollegialer Art und Weise, den Hamburgern zur Verfügung gestellt. Und nun mal ein ganz persönliches Erlebnis. Ich habe als Zeuge dort ja ausgesagt und habe ja nun auch über ein Jahr fast den Untersuchungsausschuss Wirecard geleitet. Mein Eindruck war, bis auf AfD-Fraktion spielen die da Schlafwagenfußball. Ich habe manchmal den Eindruck, die wollen da gar nicht aufklären. Geht aber dann interessanterweise hier an dieser Stelle noch weiter, was ich dann nennen möchte. Denn der Leiter des Arbeitsstabes, ich habe mir das mal notiert, der soll gesagt haben, naja, ich habe die Laptops erstmal aus dem Verkehr gezogen, weil Frau Schwamberger, und das wiederum ist die Sekretärin von Herrn Scholz, wohl auf diesen Rechnern auch privaten E-Mail-Verkehr mit der eigenen Bank gehabt hätte. Nun kann sich jeder ausmalen, was ein Unternehmen mit jemandem A macht, der einen Dienstrechner für private Zwecke nutzt. Und ich selbst habe auch unterschrieben, wenn ich ihn für private Zwecke nutzen würde, meinen Dienstrechner, das interessiert meine Firma dann nicht viel und ich glaube auch, sollte die Öffentlichkeit nicht viel interessieren, dann habe ich eben und bin ich selber schuld, wenn dann meine höchstpersönlichen Daten sozusagen der Firma zur Verfügung stehen. Finde ich auch völlig korrekt an der Stelle, aber ich glaube, damit ist alles gesagt. Nochmals, stellt euch mal vor, bei euch zu Hause kommt die Steuerfahndung, die Außenprüfung oder ein Unternehmen, macht eine Außenprüfung, geht in die Firmenzentrale rein und auf einmal sagt der Chef, ach, ich habe übrigens drei Rechner mitgenommen, da sind auch private E-Mails und so weiter drauf im Schriftverkehr, kriegt ihr dann später, ihr lieben Kollegen vom Finanzamt. Ich glaube, wir wissen alle, was das Finanzamt und die Staatsanwaltschaft in so einem Falle tun würde. Tja, nur bei der SPD im Roten Hamburg geschieht es nicht. Insgesamt aber ist das eine Erschütterung des Rechtsstaates. Für mich ist hier wieder einmal bewiesen worden, dass Linke prinzipiell, wenn es ihn nützt, sich immer grundsätzlich über das Gesetz stellen und nur wir konservativen Anstand so dösig sind und so tolerant, den Linken nicht endlich die Zehner zu zeigen. Ich glaube, auch dieser Fall macht deutlich in Sachen Cum-Ex. Der Untersuchungsausschuss, und das ist der andere Skandal, hier geht es ja in Berlin weiter mit den linken Socken und den Grünen und der FDP. Die haben uns ja hier den Untersuchungsausschuss vermiest, verboten, haben ihm nicht zugestimmt. Wir liegen hier und warten auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes. Aber es zeigt eindeutig, der Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex und Scholz gehört nicht nach Hamburg. Hamburg fehlt der Aufklärungswille. Die Staatsanwaltschaft scheint dort in irgendeiner Form doch indirekt Weisungen zu bekommen. Anders lässt sich so ein Verhalten nicht erklären. Das ist meine persönliche Interpretation. Also, der Untersuchungsausschuss muss hierher und dann ist meine Prognose, binnen neun Monaten hat sich das dann mit der Kanzlerschaft von Herrn Scholz erledigt. Weil hier haben wir die Leute, die den Biss haben. Meine Person geht das an. Ich glaube auch die Kollegen der CDU, CSU, wie ich sie kenne. Und dann werden wir den Saftladen, der da in Hamburg ist, schon aufräumen. Denn nochmals, 45 Millionen Euro Steuer sind niedergeschlagen worden zunächst als Forderung. Dann muss man sagen, auf Druck erst widerwillig, muss man sagen, zurückgefordert worden. Das stinkt zum Himmel. Das muss hier aufgeklärt werden. Und übrigens, liebe Presse, wenn ihr euch um so viel Schischi und andere Sachen kümmert, hier scheint ihr auch wieder angestrengt wegzugucken und macht keinen Skandal draus, weil es wahrscheinlich euer Liebling ist. Ein linker Kanzler, das finden die linken Mainstream-Medien und NDR, WDR und wie sie alle heißen, wahrscheinlich Dufte. Ich finde es nicht Dufte, denn das zeigt, dass wir mittlerweile in einer Bananenrepublik, aber nicht mal in der Bundesrepublik Deutschland leben. Ich verspreche euch, ich bleibe dran mit Biss und natürlich auch mit dem Aufklärungswillen. Und ich hoffe dann, mindestens in drei bis vier Monaten kann ich dann aus dem Untersuchungsausschuss Cum-Ex hier in Berlin berichten, einem Untersuchungsausschuss, der dann auch den Laden in Hamburg ausmisten wird. Bis dahin trotzdem ein angenehmes Wochenende, eine schöne Zeit, euer Kai Gottschalk.